Da sind die Leuchtfeuer. Das kann ja was werden. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug heran kämpfst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du dich vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Okay, vielleicht kann man ja sogar einen erwischen. Aber das wird nicht gerade einfach werden. Gelegenheitsflieger. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern. Im Inneren des Palazzo Carlo Grimaldi eliminieren. Na, aber natürlich. Gerne doch. Das wird lustig werden, Leute. Das wird lustig werden. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Schießt auf den Dämon, genau. So, da hatten wir das erste Feuer hier. Okay, wir müssen hier mal dafür sorgen, dass wir ein bisschen weiter nach oben fliegen. Okay, das funktioniert soweit schon mal. Okay, wir fliegen mal lieber ein bisschen höher. Fliegen mal über den hinweg. Oh, das ist nämlich ganz schön gefährlich hier. Okay. Aber so weit, so gut. Noch wurden wir nicht getroffen. Das kann sich allerdings ja auch ganz schnell ändern. Mal nach links rüber. Ich fliege eher ein bisschen an den Leuten vorbei. So, da haben wir noch eins. Oh, ich würde das da hinten mal als eins sehen. Auch wenn das eigentlich nur ein brennendes Boot ist. Hilft trotzdem. Okay. Ja, super. Das hat uns nichts gebracht, oder was? Oh, flieg, 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 flieg. Okay, wir sind fast durch. Wir sind fast durch. So, jetzt müssen wir nur noch zwei Leuchtfeuer erwischen, beziehungsweise, was heißt Leuchtfeuer? Okay, ausgewichen. Okay, so hoch schießen die nämlich nicht, zum Glück. Aber wir haben es gleich. Wir sind fast durch. Da oben ist auch noch ein Stückchen gewesen. Da wissen wir schon mal, wo wir hin müssen, um noch einen Teil zu finden von unserem Besuchten hier. Ah. Oh, was wird das denn? Oh. Uh, das wird echt knapp. Oh, fast. Fast, wer ist schiefgegangen. Ja, wunderbar, noch mehr mitgenommen. Und leicht zerstört, wunderbar. Was war das? Keine Sache. Bestimmt nur Kinder, mit Knallfräschern. Kommt, ihr seid am Zug. Na von wegen, wir werden dich schon gleich erwischen. Nach einem kurzen Moment Pause. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal wieder an hier. Na dann. Hm. Wie infiltrieren wir das alles am besten? Ich bin gar nicht da. Ähm. Okay, machen wir am besten so. Was? Ach man, darf nicht entdeckt werden. Ja, Mensch, sag das doch. Okay. Dann muss ich mir da was anderes überlegen. Solange ich jetzt nicht von ganz vorne anfangen muss. Mensch, warum lädt das denn nochmal? Ich war doch gerade nur fünf Schritte davon entfernt. Na egal. Gut, wir waren gerade. Kein Problem. Nehmen wir alles so hin. Okay. So weit, so gut. So, machen wir es nämlich ganz einfach. So hier. Okay. Vorsichtig müssen wir besonders sein. Okay. Oh, das war knapp. Scheiße. Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Oh. Oh, das Gifft sitzt ein. Assassino, Assassino! Er hat ihn ermordet. Der Duch ist tot. Da! Als ob mich das stören würde, dass du jetzt gerade hier rum... Gehst ja von wegen. Die Maldi. Weglaufen kannst du von mir nicht. Ein Attentäter tötet den anderen. Wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Besser, Ezio. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Ruhe und Frieden. Du... Du tötest mich? Du tötest mich! Okay, jetzt gibt's noch einen schönen Kampf hier. Von mir aus gerne. Ihr seid alle kein Gegner für mich. Apropos, ich würde gerade gerne... Warte mal, kam gerade... Mir läuft's Hilfe. Das wäre natürlich cool. Oh, das war jetzt natürlich nicht gerade auch... Äh, auch nicht gerade schlecht, meine ich. So! Ach, wisst ihr was? Komm, ich bin jetzt wurscht. Ich mach mich vom Acker. Okay, oder ich kämpfe halt weiter. Ist mir doch wurscht. Ich werde das wohl alles schaffen können. Klar, ich werde jetzt sowieso fast komplett gesucht, aber das ist mir eigentlich recht egal. Denn ich... Oh, das tat weh, das tat weh. Das hab ich richtig gesehen. Zack! Zum Gebiet fliehen kann ich. So. Ich bin noch nicht raus aus der Geschichte. Ich glaub's ja nicht. Ich muss noch hier hochklettern. Warum das denn? Na, geht gut. Mach ich aber auch noch. Ist ja kein Problem. Und raus. Na, also. Gelegenheitsfliege haben wir erledigt, aber den Dungeon konnten wir leider nicht retten. Aber im Endeffekt ist Grimaldi tot. Und wir haben eine Codex-Seite erhalten. Jetzt sind es nicht mehr viele. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 8. Beendet. In Ordnung. Soweit. So gut. Nun schauen wir mal, was noch alles auf uns zukommt. Aussichtspunkt. Adler weisen auf einen Aussichtspunkt hin. Das ist korrekt. Und die Minimap auch. Nun dann. Es baut sich ein neues Venedig auf. Hier im Animus. Die erlauchteste Republik Venedig 1486. Immer wieder aufs Neue. Und schon haben wir wieder einen Plan vereitelt. So. Wie es sein soll. Zum Glück. Und wir können zu unserem lieben Freund Leonardo. Und es gibt ein weises Assassinen Grab. Und es wird vieles Neues geben. Und wir schauen erstmal, was es denn nun hier bei Leonardo gibt. Es ist wahr, man sagt. Du hättest den Duschen getötet. Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Über diese Unordnung. Naja, er ist Künstler. Grazie a mi comeo. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha. Die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Na, das wäre doch was. Wissen ist Macht. Das ist korrekt. Den Umgang mit der an der versteckten Klinge angebrachten Pistole üben. Pistole hört sich schon mal sehr gut an. Die Benutzung der Pistole erlernen. Aber natürlich. Versteckte Klinge aktualisiert. Okay, hier hin sollen wir ja scheinbar, ne? Jo, genau, hier hin sollen wir. Okay, Moment. Wo ist sie denn? Da oben ist sie. Die müssen wir auch wieder extra auswählen. Dieben. Okay.